Hallo, willkommen bei eSpares Deutschland. In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie Ihren Kühlgefrierschrank reinigen können. Wenn Sie diese Tipps befolgen und Ihr Gerät regelmäßig gründlich reinigen, wird Ihr Kühlgefrierschrank länger effizient und sicher arbeiten. Außerdem verhindern Sie so die Bildung schlechter Gerüche und die Ansammlung von Schmutz und Bakterien. Bevor Sie mit der Reinigung Ihres Kühlgefrierschranks beginnen, sorgen Sie dafür, dass Sie ihn zunächst entleeren. Lebensmittel können bis zu 4 Stunden sicher außerhalb Ihres Kühlschranks aufbewahrt werden. Das heißt, Sie sollten mit der Reinigung fertig sein, lange bevor Ihre Lebensmittel Gefahr laufen, zu verderben. Lassen Sie uns nun mit den Reinigungstipps beginnen. Schritt 1. Wischen Sie die inneren Regale und Schubladen ab. Der erste und offensichtlichste Schritt ist das Abwischen aller Ablagen, Schubladen und Innenflächen Ihres Gerätes. Je schmutziger Ihr Gerät ist, desto härter muss es arbeiten, um kühl und auf der richtigen Temperatur zu bleiben. Daher ist es wichtig, dass Sie es so gründlich wie möglich reinigen. 2. Wenn Ihr Kühlgefrierschrank leer ist, sprühen Sie die Ablagen und Schubladen einfach mit einem antibakteriellen Reiniger ein und wischen sie gründlich mit einem geeigneten Tuch ab, um Schmutz und Rückstände von Nahrungsmitteln und Getränken zu entfernen. Es gibt viele hochwertige Reinigungsprodukte auf dem Markt, die diesen Zweck erfüllen. Aber wir empfehlen die Verwendung des W-Pro Kühl- und Gefrierschrankreinigers in Kombination mit dem Allzweck-E-Tuch. Beide zusammen bereinigen Verschüttetes, Gerüche und Flecken, sodass Ihr Kühlgefrierschrank blitzsauber ist und gut riecht. Sie können diese Produkte auf unserer Webseite finden, mit den Links in der Beschreibung unten. Schritt 2. Verwenden Sie eine Schutzmatte für die Schubladen des Kühlschranks. Nachdem Sie die Ablagen und Schubladen Ihres Geräts gereinigt haben, ist es sinnvoll, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftig Flecken und Verschüttungen zu verhindern. Hierfür eignet sich eine Schutzmatte für die Schubladen des Kühlschranks. Legen Sie die Schutzmatte einfach auf die entsprechende Ablagefläche und schneiden Sie sie bei Bedarf zu. Die Matte absorbiert dann die Feuchtigkeit, um Ihr Regal sauber und die Frische Ihres Obstes und Gemüse zu erhalten. Schritt 3. Verwenden Sie eine Antischimmel-Kühlschrankmatte. Die Antischimmel-Kühlschrankmatte ist ein ähnliches Zubehör, das dazu dient, Ihre Gemüsefächer besonders zu schützen. Diese Matte sorgt für eine bessere Luftzirkulation, damit das Gemüse länger frisch bleibt und sich kein Schimmel und unangenehme Gerüche bilden können. Wie die Kühlschrankschutzmatte kann sie bei Bedarf passend auf die Innenseite Ihres Kühlgefrierschranks zugeschnitten werden, was sie vielseitig und universell für alle Geräte macht. Beide Matten sind auch auf unserer Webseite zu finden, mit den Links in der Beschreibung. Schritt 4. Reinigen Sie die Kondensatorspulen. Bei der Reinigung Ihres Kühlgefrierschranks geht es nicht nur darum, die offensichtlichsten Oberflächen abzuwischen. Sie können mehr Energie sparen und Ihrem Gerät zu einem reibungsloseren Betrieb verhelfen, indem Sie die Kondensatorspulen auf der Rückseite Ihres Kühlschranks reinigen. Verwenden Sie hierzu einfach einen Handstaubsauger oder einen Staubsaugerbürstenaufsatz, um den Staub von den Spulen zu entfernen. Wischen Sie anschließend die Spulen ab, um sicher zu gehen, dass sie so sauber wie möglich sind. Weitere Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass Ihr Kühlgefrierschrank so energieeffizient wie möglich ist, finden Sie in unserem Video über Energiespartipps für Ihren Kühlgefrierschrank. Schritt 5. Reinigen Sie das Kondenswasserabflussloch. Um Ihren Kühlgefrierschrank von Gerüchen zu befreien, ist es auch wichtig, dafür zu sorgen, dass das kleine Kondenswasserablaufloch im Inneren nicht durch Krümel oder Speisereste verstopft ist. Eine Verstopfung kann im Laufe der Zeit dazu führen, dass sich Wasser am Boden Ihres Kühlschranks ansammelt und unangenehme Gerüche verursacht. Glücklicherweise lässt sich dies mit einem Abflusslochreinigungswerkzeug leicht beheben. Schieben Sie das Reinigungswerkzeug einfach in das Ablaufloch und bewegen Sie es hin und her. Dadurch wird das Abflussloch gereinigt und freigegeben, sodass das Kondenswasser in Ihrem Kühlgefrierschrank wieder effizient ablaufen kann. Zu guter Letzt ist es immer eine gute Idee, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um unangenehme und schlechte Gerüche in Zukunft fernzuhalten. Hierfür empfehlen wir entweder unser Kühlschrank P-Riff Air Starter Set oder unseren Kühlschrank Geruchsabsorber. Schritt 6 Verwenden Sie ein P-Riff Air Starter Set Das Fridge P-Riff Air Starter Kit ist eine hocheffektive Einrichtung, die die Luft in Ihrem Kühlschrank filtert und reinigt. Es entfernt schlechte Gerüche um bis zu 70% und reduziert Bakterien. Es wird sogar mit einer universellen Einhängevorrichtung geliefert, sodass es mühelos auf jedem Regal in Ihrem Kühlschrank angebracht werden kann. Schritt 7 Verwenden Sie einen Kühlschrank Geruchsabsorber Auch der Kühlschrank Geruchsabsorber neutralisiert starke und unangenehme Gerüche, die durch gelagerte Lebensmittel entstehen. Es ist ebenfalls so konzipiert, dass er bequem auf Ihrem Regal sitzt und ist universell für alle Kühlschränke geeignet. Wie bei unseren anderen Produkten gehen Sie einfach zur Beschreibung unten, um ihn in die Hände zu bekommen. Und somit haben Sie unsere Tipps zur Reinigung Ihres Kühlgefrierschranks, um dafür zu sorgen, dass er sowohl effizient als auch hygienisch funktioniert. Neben der Reinigung Ihres Kühlgefrierschranks haben wir eine ganze Reihe von Videos mit Tipps und Ratschlägen zur Reinigung Ihrer anderen Haushaltsgeräte. Sehen Sie sich die Playlist hier an. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Ratschläge zur sicheren Reparatur und Wartung Ihrer Haushaltsgeräte zu erhalten. Danke fürs Zuschauen! Untertitelung des ZDF, 2020